Düstere Gestalten, verschwimmende Formen und schrille Farben. Hier ist jeder Pinselstrich Kunst. Bis zu acht Stunden am Tag malt Sven Lisi in seinem Atelier in Langenhagen. Was auf seinen Bildern zu erkennen ist, entscheidet jeder selbst. Doch hinter der abstrakten Kunst steckt eine viel größere Geschichte. Der 36-Jährige leidet an den psychischen Erkrankungen Borderline, Depression und ADS. Kunst ist für ihn eine Art Therapie. Jetzt habe ich eine Diagnose bekommen, Borderline. Tut mich jetzt auch nicht wirklich überraschend, wenn man so aufs Leben zurückguckt. Da kam aber über Weihnachten eine Depression dazu. Seit seiner Jugend hat er Probleme damit, seine Gefühle zu regulieren. Mit knapp 13 Jahren ist er von zu Hause abgehauen, wurde Punk und lebte auf der Straße. Auch Drogen waren mit im Spiel. Im März vergangenen Jahres will er sich endlich der Krankheit stellen und beginnt einen Klinikaufenthalt. Und der verändert sein Leben. Es war dann aber so, dass ich in der dritten, vierten Woche habe ich so Soft- und Ölpastellkreide für mich entdeckt. Und habe gemerkt, das ist wie so ein meditatives Zustand. Sven Lisi merkt, mit der Kunst kann er endlich seine Gefühle ausdrücken. Und das, obwohl er teilweise farbenblind ist. Also es bringt Ausdruck raus, was du vielleicht in dir drin hast und gar nicht weißt. Es bringt auch, das kann auch mit Emotionen verbunden werden. Man kann auch Action-Painting machen, dass man Farbe nimmt und schmeißt es an die Wand, wenn man geladen ist oder so. Und ich würde einfach sagen, Kunst ist ein Ausdruck für alles. Also es ist Musik, es ist Leben mittlerweile. Und definitiv ein Therapieansatz für mich gewesen. Seine Frau überredet ihn, seine Kunst auf Instagram zu posten. Schon nach kurzer Zeit hat der 36-Jährige mehr als 2200 Follower. Dann geht alles ganz schnell. Innerhalb eines halben Jahres stellt Sven Lisi international aus. Sogar in China. Allein in den nächsten Monaten ist er auf fünf internationalen Ausstellungen vertreten. Sein Leben hat sich damit grundlegend verändert. Über eines freut er sich dabei besonders. Es ist wirklich so, dass die Leute darauf reagieren, ja genau so fühle ich mich wie das Bild. Also die fühlen meine Bilder, ob sie was mit Kunst zu tun haben oder nicht. Und das finde ich halt auch irgendwo genial. Und es erinnert sich halt daran, dass, wie soll ich sagen, dass wir früher gern getanzt haben oder gern geschrieben oder gern gelesen. Also alles so Sache, die man für selbstverständlich hält, tut man mit Depressionen oder schweren Erkrankungen nicht mehr so. An seine ersten Malversuche in der Klinik denkt der 36-Jährige gerne zurück. Das sind meine allerersten Kunstwerke, die ich wirklich angefangen habe in der Therapie. Und das war so mit das allererste, was ich glaube ich sogar gepostet habe auf Insta. Auf vielen seiner Bilder lassen sich tiefe Emotionen entdecken. Eben ein Spiegel zu seiner Seele. Heute braucht Sven Lisi für eines seiner Kunstwerke zwischen 2 und 26 Stunden. Um seine Gefühle in den Bildern ausdrucken zu können, ist für ihn auch die Musik sehr wichtig. Jeder Mensch kann was erschaffen, wenn er an sich glaubt. Und ich rede nicht von Arbeit, dass du deine Arbeit machst, sondern ich rede von Gedichten, von Gesang, von Tanz, von allem. Kunst ist seine Leidenschaft geworden. Auch wenn er von der Kunst allein noch nicht leben kann, hat sie ihm den Weg aus seiner Krankheit gezeigt. Also von dem Thema Depression oder Erkrankungen merkt man so gar nichts mehr. Also wirklich, wenn ich merke, okay, ich ziehe in so ein Loch rein oder bin angespannt, gehe ich malen. Also es hat sich auch mein ganzes Umfeld mit Familie, mit dem Umgang, mit Umgang mit mir selbst, es hat sich alles geändert. Mit seinen Kunstwerken und seiner Geschichte wird Sven Lisi sicherlich auch weiterhin viele Menschen inspirieren. Noch mehr Videos aus Niedersachsen und Bremen findet ihr hier auf unserem RTL Nord YouTube Kanal. Am besten direkt abonnieren. Aber nowhere Johannes. cafiv suc an. simplativ. Cyット.